Hallo Leute, Willkommen zurück hier zu Headlander. Es geht weiter und aus irgendeinem Grund. Achso, mit dem Kopf komm ich da oben rein. Alles klar. Wow. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Achso, Sequenz. Nein! Ich verziehe mich erst mal. Wie geht denn da in dem Raum? Nix. Warte, in dem großen war auch nix drin. Oh. Ah, warte, hier ist wieder so ein Rätsel. Da kann ich schießen? Mit wem soll ich denn das schießen? Ah ja, guck mal. Nur, bringt ja jetzt nix. Oh, krass. Aber ich hab den Zugang bekommen. Musst du da nur mal ein neuer? Genau, danke. Da geht der Ganze hoch. So, jetzt. Das war ja einfach. Oh mein Gott. Ja. Hey. Hey. Karten-Update. Oh, nee. Aber gibt's da denn irgendwo noch was? Das wär halt cool. Made it to the top. Wann ist der denn so drauf? Oh. Da kommen ja ganz viele. Irgendwas hab ich freigeschalten. Ich hab ich freigeschalten. Bitch, du. Ah, ist das jetzt der Endkampf hier oder was? Was? Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Warum? Ja, jetzt. Boah. Vorsicht, Kollege. Oh mein Gott, Vorsicht. Oh, nein. Falsch gedreht. Ich hab dich, warum? Oh, ja. Körg magnet. Ich hab dich, warum? Okay. Aus Main. T firstly. Okay. Woo- ζ. Wie? Ich hab dich. B Insstream. Ich hab dich, warum. Ja,colored. Ich hab dich. Musik. Ich hab dich, warum? Das war auch cool jetzt Also nicht Ich seh nix Achso, warte mal Ach, es war gar kein Mini-Roboter Da oben ging es auch nicht rein, oder? Ach ne, wir haben ja das Update bekommen Das würden wir ja kennen Oh, das Spiel ist bald durch So zwischendurch habe ich irgendwie gehofft Dass es noch nicht vorbei ist Weil es einfach Spaß macht Und jetzt aber so langsam Merkt man schon, dass es Dass es schlaucht Und dass man so langsam auch fertig werden möchte Geht er auch ab? Achso Bombe! Tschüss! Es ist schon cool Aber ich glaube, die richtige Länge hat es auf jeden Fall jetzt an der Stelle Beim letzten Mal dachte ich ja Also nicht letzten Part, aber bei der letzten Aufnahmesession Dachte ich schon, das wäre jetzt vorbei Nachdem wir so ein paar Rätsel geknackt hatten Und dann ging es aber noch weiter Zum Glück Alter Das ist ne geile Waffe Fraktal 3 Zack So, direkt mal positionieren hier Aber die gehen irgendwie nicht kaputt da durch Bei denen muss man tatsächlich den Kopf abreißen Boah Da unten ist irgendwie eine Zahl Was bedeutet die? Aha Keine Ahnung Was? Länger durchgehalten Achso Die Sequenz muss ich mir merken Aha Musik So Ich kann das Mario Party Oh, das hab ich nicht geguckt unten Nein Das war der Wenn ich ehrlich bin Äh, wenn ich ehrlich bin, hätte man es auch hören können jetzt Na klar Ich hab jetzt das zweite nicht gesehen Ich hab jetzt das zweite nicht gesehen Girls Haha Guck mal, ich kann das Haha, guck mal, ich kann das Guck mal, ich kann das Der Kreislauf man voll die vielen Errungenschaften Kann ich jetzt hier einfach Wo geht das hin Darunter Ach weil mit dem langen strecken teleporter hier sind da brauche ich nicht hin was war das Ja, oh mein gott mit huson dem ist aber groß Ganz schönes hesslon Na toll Bin Du kannst nichts Blöden Du kannst Du kannst Du kannst Du kannst Du kannst Du kannst D Nein, da müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken jetzt. Kriegt der Schaden da durch? Oh mein Gott. Geh weg, das ist eklig. Ja doch, der kriegt Schaden. Ah, Moment, warte mal, mit seiner eigenen Waffe. Und? Aber? Ah, hätte ich da was hinten rausziehen müssen. Das ist pointless. Boah. Macht mir mehr Schaden als dem, Alter. Ach so, Moment. Ich dachte, dass ich diese Teile oben rausziehen, halt. Komm mal, schieß mal auf mich. Yeah. So, warte mal, dann hier. Ne, rausziehen kann ich aus dem irgendwie nix. Doch, warte mal, da war was. Irgendwas hat er angezeigt, grad. Ja, macht ja gar nix. Ja, macht ja gar nix. Kann man denn machen hier bei dem? Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Wir machen hier mal mal kurzen... Oh mein Gott, das war blöd. Ja, hab ich ja auch noch alles hier, die Funktion. Wir machen hier aber mal einen Cut. Und beim nächsten... Äh, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit dem... Endgegner. Also, haut drin bis dahin. Ich möchte es jetzt echt nicht in die Länge ziehen. Also, beim nächsten Mal wissen wir, ob ihr es drauf habt, ne? Bis dahin. Tschüss.